Breaking News! Florian Kohfeldt übernimmt beim VfL Wolfsburg. Nachdem der VfL Wolfsburg-Cheftrainer Marc van Bommel nach mehreren erfolglosen Spielen in der Kritik stande, wurde Marc van Bommel am letzten Sonntagnachmittag von seinem Posten als Cheftrainer beim VfL Wolfsburg entlassen. Und die Niedersachsen waren auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Anscheinend wurde jetzt eine Lösung gefunden. Wie mehrere Medien berichten, ist der Ex-Werder-Trainer Florian Kohfeldt neuer Cheftrainer des VfL Wolfsburg. Der 39-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2023 bei den Niedersachsen und wird sein Debüt schon am nächsten Spieltag am Samstag auswärts gegen Leverkusen geben. Ja Leute, schreibt mal eure Meinung gerne in die Kommentare. Florian Kohfeldt in der Champions League, dass ich das überhaupt mal leben kann. Ich bin der Meinung, also, ja Leute, ich bin so unzufrieden damit. Ich finde eigentlich, gibt es nicht bessere Alternativen auf dem Trainermarkt? Warum holt man sich Florian Kohfeldt? Der Werder Bremen, eigentlich ja, der ist jetzt nicht der offizielle Abstiegstrainer beim Werder Bremen, sondern der inoffizielle. Aber für mich ist es ein Abstiegstrainer. Und ja, wir sehen uns einfach nächstes Jahr, oder vielleicht dieses Jahr, im Abstiegskampf wieder. Schalke, wir vermissen euch, wir kommen euch hinterher. Ja moin. Meinungen und so weiter, alles gerne in die Kommentare. Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao.